I just random Meepo Ah ja genau Ich mach meine Runde Also Quelling, Blade, Stout, Shield, Healing, Safe und Fairyfire Oder kein Fairyfire, nein warte stopp Temmo du bist bottom Ich bin nee, ein Ranger is bottom Natürlich, ich brauch, ich möcht gerne solo lane weil Hey Temmo, du kannst wegdive Ich hätte gerne das Level, ansonsten sag dich, sag ich mit ruhig einen mega tick Der hat zwei Fairy-Fires Dann bleib mal im Highcrunch-Steel, damit ich mir krasse Hook-Dodges machen kann Äh, 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 äh LOL, die Hook-Dodges, der rennt einfach hin und sagt easy LOL, alle sind so, ich bin weg, ich bin schneller weg als die, so wissen Nein Ich hab voll den Scheiß gekauft, GG Ja LOL, was macht Pandaman denn hier? Ja 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 Ey, was, bist du jetzt hier oben, oder was? Äh, warum bist du ohne? Äh, nicht, warum bist du nicht ohne? Hä, Phoenix ist offlaner, dude, das ist einer von den besten Offlaner Hm, da muss ich ja runter, ich wollte nicht ohne den verdammt Warum schaltet sich während des Spielens immer mein Download an? Ich würd Legian safe spielen, mit dem Line-Up, ohne Scheiß Ja, jetzt ist zu spät Hättest du auch mal ein Foto sagen können Ne, Legion ist kacke, die haben Darksy auf der Lane Ah, okay, gut Warum ist die Nick Matto? Ja, okay Und wie ist die Iron Shell im Rücken? Cool, oder? Macht richtig Spaß Iron Maiden Iron Maiden Ja, du kannst, da weißt du, das ist einfach cool Das sagt schon, das Caps Locker Ja Ja Da schrei ich schon an wie so ein Saatsch, der musste, der muss gut sein Ja Kennen wir, warum glaubst du euch meine Lastes? Ja, was? Ich bin Kerry Oh Gott, Double Iron Shell, oh ich bin tot Double Iron Shell, wie fühlt sich denn Double Iron Shell im Rücken an? Vor allem, ich hab immer das Gefühl, immer wenn ne Creeper Iron Shell hat Ist das gekonnt, wo ist der Iron noch? Ich hör grad die C und auf Amos a Line in der Mitte Oh, ich hab so viel Farben, wie kann das Gefühl ich geben? Wer war eigentlich noch bei uns vor dem Karin? Der ist ja ein Lines Äh, Line In, in Nigma fehlt Kommt der jetzt noch, wo der Line? Na, wie fühlt sich das an? Fühlt sich geil an, deswegen steh ich, halt Da drauf steht der, Goofy Ja man Ein Schild Awesome Oh, ich hab so viel Farben Oh, ich hab so viel Farben Ah, Line Oh, wieso? Ich hab grad so gut Farben Hoffentlich geht er in den Jungle Patsch geht zu Boden, Rune Ohne Scheiß mit dem Iron Tail in ist Junglen ja mega easy Ja, ne? Alter, wie weit hast du denn nach hinten geharrst? Loll, Patsch ist bei uns Äh, Patsch fehlt, Achtung! Oh, lol, sorry Grad in dem Moment, wo's mir umfällt, dass er noch net zurück ist Sorry Und der hat auch noch ne Haze, oder? Ne, der kriegt ne Double Kill Ne, ne, der war gesearged Hat kein Double Kill kipp Ne, trotzdem zwei Kills Sorry Jungs Ich hab's grad gemerkt Der kommt wieder mit zum Mako Ja, ich hab jetzt mein Baudel Meine Baudel-Trotel Beziehungsweise der wartet auf die Bruno Mhm Guck dir nicht mehr die Top-Rune Guck dir nicht mehr die Top-Rune Guck dir denn bei den Jungle? Ist ja nicht mal Junglen? Ja Dazu nicht so ne Gold-Rune Ja, ich hatte Inverse, deswegen Ich könnte eigentlich nur in den Nigma gucken Ich hab nur Stein-Golems Ich hab nur Stein-Golems Outreded Das Camp ist leer Jetzt muss er grad irgendwie am Low Cape Camp sind Die sind wirklich schneller mit deinem Die sind wirklich schneller mit deinem Nichts Ja, cool, einen Attack Mehr als der Mann Ich hab ge- Oh, ich wollt mein Ding Ich hab gemahner Mann Darkseer fehlt Der ist noch Baudel, schätze ich Alter Ich bin wieder Tchuuuuhuuuuu Jetzt wird's langsam richtig nervig mit einstellen Jep Ich versteck mich auch davor Das mit... ja er kommt einfach und ist mir was mich hat wer tp nach leiden ist auch noch mit dem ice scheiße ich bin grad top tp so komm mal hierhin komm mal hierhin komm mal hierhin ist gerade ein bisschen müde ich hab die creeps na egal ne die was sollen wir versuchen den zu go warte bleib oben stehen ja und wird das habe ich jetzt aber auch nicht kapiert ja ich dachte ja der kommt ja ne also ich werde es auch davon ausgaben bleiben da steht und dann ist easy Patsch kommt ich hab Dingsbums gekillt ich dachte nicht dass der Weg nach unten so lang ist das nur auf Patsch kommt bottom Lion auch Patsch ist bestimmt jetzt schon bot ja Patsch ist jetzt bot ich bin nicht mehr dauernd ich bin 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 du bist du bist am besten dafür du bist am besten dafür eine kriegste noch fuck er hat die self ne ne der hat die self auch naja war gut gefeiert du hast du hell bekommen und zwei sind gestorben entschlusive Patsch ich hab Drollwall nochmal gekillt nice mark Ah, ich bin selbst rufgangen. Was hat der Dude vor? Ich hab sogar Midas. Da poked die Regen, man. Lol, ich hab nicht genügend Mana. Die Deslimberrate, was ist das? Lol. Ich hab halt nicht genügend Mana gehabt. Danke, Jonas. Weißt du, ob der selbst gecancelt hat oder ob du das warst, der sich gecancelt hat? Weiß es auch nicht. Ne, der cancel ist es selber und das war ganz klar, oder? Ach so, du hast Press the Tag drauf gemacht, oder? Alter. Lion kommt da. Ich hab versucht zu Juke, hab's aber nicht hinkriegt. Warum gab's kein Phoenix-Items? War doch irgendwas mal mit was anderem. Du wolltest... ...Items für Winterweivern haben. Mhm. Ja, Winterweivern würde ja cool aussehen als... Weiß was? ...Weivern. Mark will für alles Items haben, aber... ...kauf sie sich ja. Winterweivern sieht cool aus als... ...Counterweivern. Pass auf, Marco, da ist irgendwo noch mehr. Gar nicht, ich hab so viele Items. Ja, Marco, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Da ist auch Line noch. Fudge und Line. Ich hab... ...Mark, ich hab 300 Dota-Items und 900... ...ne, 1000 CSGO-Items. Ja, Line ist top. Fick dich, ich hab ne Count ein, Schell, Mann. Pacha Top-Rune. Ich bin bei der Bottom-Rune. Kann ich die Hand? Ja. Kriegst du den von weg, der Halb? Das ist DT. Genau. Nice, jetzt hat man sogar Mana, wo es kann. Fack, er ist weggeloff. Ja, lol, Alter, was ist eine Lüge, Mann. Die Hand Awards! Ich hab nicht aufgepasst, ey. Ich... ...wie grad so unkonzentriert. Das ist lo. Wie am Anfang im Alch-Game, ey. So unkonzentriert. Ach zuu... Fuuuck. Oh, das Katapult. Er hat so wen ich lebe. Kill. Komm da dran, Alter. Ah, ich hab Standbilder. Standbilder? Alter, nein, ey. Nein, ey! Das ist Lüge, Mann. Das ist einfach nur Lüge. Patsche, stopp. Killing Spree! Ey, ich kann nichts tun. Die Dicke... Ich hab Ball im Mec. Die baiten mich jedes Mal so hart. Ich fall immer drauf drin. Mach Eck, oder? Mach Dei Spirits, Spirits und Eck. Ja, mach. Bin dabei. Team? Lift, Lift, Lift! Ja. Lift halt, bevor Du Dei Ding machst, Mann. Loll, ich wurde bottom unterbrochen. Äh... Ganz einfach, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet hab, dass er so viel im Ton ist. Ja, Troll. Ja, der hat nicht besonders schnell attackt, falls er sich oft fallen ist. Ja, trotzdem hat's gereicht. Ja, komischerweise. Ich weiß aber nicht wie. Ey, der braucht halt für den Anfang nur 5 Angriffe. Ja, eben. 5 ist verdammt viel. Ja, aber der hat... Der hat ja schon Angriff. Ja, wie auch immer. Ich soll mir eine AC. Ist mir egal. Weißgriff. Ich krieg wieder nichts zusammen. Ich krieg wieder nichts. Ich krieg wieder nichts. Ich krieg wieder nichts. Ich krieg wieder nichts. Ich hab ihn nie mal gekillt. Ha, nein. Hab's gesehen, hat gesagt gut. Oh Mann, Alter. Ja, guck Dir nicht das Mal! Was ist das? Ich bin durch, ich bin durch. Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Was ist das, Mann? Freilich rum. Ich lief. Das bringt uns auch überhaupt nichts. Nun hast du Ilimo den Patschenbürsten nehmen. Gesell dich einfach zu irgendwem unten oder so. Schade, hat er gerade Rot angemacht. Ja, ne, der Hook. Ich weiß nicht, wenn ich den Go dann kille. So nicht, auf keinen Fall, dann kriegen wir die so. Ich hab jetzt Power Threads, Alter. 14 Minuten Power Threads, Alter. 3 Leute sind auf dem Weg zu euch runter. Alter, die wollen, die wollen einfach mich, die wollen mich. Ähm, ich komm' runter, ich hab' meinen Mannagabe. Ich komm' gar runter, ich lauf. Ich renn' auch, aber Achtung da über dir. Gib mir Modell-Engine-Mango-Ding ins Bums, bitte. Ich kann's auf ihn, ich kann's ihn benutzen. Ja, dann gib mir das zurück. Oh, der steht der Patsch, werd ich mit euch. Na, da war er ja schon, du warst da schon attackt. Egal. Entschuldigung, Marc. Ja, ich hab' mein Eck bereit. Ich hab' nen Link-Dagger. Ja, helf jetzt bitte dann, danke. Alter. Alter. Kann ich keiner mit Top TP'n? Äh, ich bin grad ohne TP. Ja, ich TP. Ja, ich TP. Okay, ich TP auch. Oh, ich komm' mich rechtzeitig an. Komm wohl. Doch, doch, doch. Temmo baited das. Lifted zurück. Oh, nice, Vakuum. Nice, gut gespielt. Ich hab's weg. Können der Tower deny? Ah, ne, noch net. Schön gemacht, Rufi. Ja, nice, das bringt noch. Alter, ich hab gleich Dagger gemacht. Das wär richtig aus, wenn ich den Krieg gegen ihn war. Ja, ich komm' weg, alles easy. Ne, ich glaub's net, ne. Dive, sobald's geht. Joll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, welch bei dir, Mister, bei dir, Mister. Ich bin weg. Ich bin ja gut. Hallo? Ah, der Nettiehook, du, hattest du's gesehen? Ja, Mann. Der konnte sich glaub' nicht entscheiden, wen den zuckt. Und hat einfach irgendwo hingehuckt. Ja, der hat irgendwo mitte drin gehuckt. Ja, easy. Haha, Patsch. Haha. Haha, den hat er sich erwartet. Wish you best of luck, Team. Oh Mann. Ich hab' soo schiss, ne. Ist unglaublich. Wir sind halt auch irgendwie leider immer da, wo du... Bin bei dir, oder? Wo ich farme bin, ne? Ja. Äh, der hat das Ding. There we are, baby. Also ich würd' jetzt, äh... Ich würd' jetzt freuen, wenn ich jetzt nicht sterben würde, erstmal. Ach so, er steht nur in den Trees, alter. Ja gut, er kann nix tun. Oh, zu spät schon. Ja, drei sind bottom. Ja, drei sind bottom. Ich kann echt heule bei dem Spiel. Und geh' ich nochmal base und tippe mich bot. TPA bot, wenn ich wieder doof bin. nicht. Ich kann bottom tippen. Ja, dann mach'ns. Ja, dann mach'ns. Dive und Eck. Eck! Nein, es ist Counter-Ding! Lass' einen noch am Leben. Denne! Ist nicht der Mild, der ist am Leben! Oh no, I'm not. Ach, das ist noch einer, oder? Ne, doch nicht. Ich dachte, da wär' ein Gegner. Nein. Ja, das Katapult noch weg. Ah, das ist sowieso weg. Ah, das war's wieder so ein gutes Counter. Du hast einen Schild! Was machst du bei mir, Arschloch? Das hat... Nein! Ey, Goofy, ne, jetzt mal ohne Spaß. Das war wieder ein mega gutes Counter, äh... Ding. Dingens, Vakuum. Ja. Mit einem mega Schnag. Oh, Sherry, oh, Sherry, oh, baby. Warte auf! Was? Oh, was? Oh, ich hab... Traurigerweise hab ich A ohne Kauf. Ich verkauf meine Eberhutte. Traurigerweise. Ah ja, genau. Ah ne, Mac hast du schon mal. Ja, ich hab einen Mac. Mach ich jetzt dann. Was, du hast einen Mac? Den verkaufst du nicht. Vielleicht kommst du davor, ohne willst du mir jetzt einen Agar zu bauen. Ich verkaufst einen Mac. Alles, was ich brauch. Doch. Nein, verkauf's nicht. Ich hab keins. Wer auf damit. Der Patsch kommt. Der Patsch will meinen D-Hack, D-Hack. Ja, ich hab noch Disclaimer. Wir könnten einen theoretisch holen, wenn der kommt. Wenn er kommt, ja. Oh, danke allen Chillcreep. Der Patsch im Jax. Wenn wir jetzt den Line an den Enigma soksam. Der Blinkdecke. Der Enigma? Ja. Der Patsch ist doch hundertprozentig auch irgendwo. Der Patsch ist doch hundertprozentig auch irgendwo. Falls nicht grad schon alle Top-TPen, weil ich nur Farmen will. Das ist okay. Stop meine Ultime. also um mit diesem Ziel bei Neul und wenn das eine ich komme nicht in die Range um das Deck und zu känzeln mit Mainz dann das wäre es zu geil gewesen weil ich jetzt der Kost wir haben uns die Verkaufsorten rechtern machen wir die Reck Reck Auto Ticket unter dem Monat er das dreimal gemisst er das so wird er das alles und das noch leid er blinkte warum hat unser Okomagicke Blinkdecke Wollt er kein Blinkdecke ab? ja der macht einen Acker aber offen ist es das war gerade so ich bin gerade mega überlegen ob ich mit Stadt Aga nicht doch lieber ne Evalence machen Normal aber ich bin leider nicht doch kein Problem Apropos Kennenburg du solltest dir auch definitiv neuer Verlust machen definitiv es führt gar kein Weg drumrum eigentlich Wege führen viele drumrum ja wo keine der Sinn macht ich bin das erst mal auf Couch dann raus wenn es geht raus wenn es geht ich tp raus ja mach das ich bin du nice vielen Dank sollt' ich eigentlich keiner kennst' lol du war grad noch ein Ding der wollte dich kennst' ja ich hab's gesehen oh Alter wie groß ist das Vakuum lol hat er das gekäxt oh man hat's wieder den Rotern gemacht mhm der Patsch ist gut nicht so wie die Julian ja aber das war ganz klar das hat der Patsch schon nie gehuckt war jemand bei bei dem Spiel wo Julian die ganze Zeit die Hook geklaut wohl ist weiss nicht ich hab das neulich erst war der nicht doch das war neulich echt das war vor 3-4 da du würdest die ganze Zeit sein Hook geklaut das hab ich noch nicht erlebt man oh lolololololol was will der Typ von mir Mann äh den kommt hoch würdest du ihn hochliften sollen oder hast du es versucht ne das hätte ich nicht geklaut der wird's halt weg dann lass mal Tower versuchen oder doch ich hab die Lane-Wards hier oder so oh oh Darksteer immer auf die armen Supporter aber sowas soll's ne passen auf wie im Blackhole noch das war für mich in der Dominator das war danke Loll, wie er da halt echt war Ja, ich hab den ganz kurz gesehen Okay, du kannst gleich doodieren, Mann Ja, Mann Ja So, so Keh die E-Los, keh die E-Los, keh die E-Los Alter Uh, danke Safe Ich die P-Raus Brauch Mana Nice, Mark, gut die Ult Gut, du gelene Ja, ich brauch Mana Das haut rein noch schnell drauf Jetzt ne Finger Oha 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 Marco, renn so weit du kannst, ich komm daher Ja, ich geb net, ich geb net, ich komm so net weg Vielleicht entdecken sie sich nicht Rennen Den Tick mich weggeschnit Jetzt Doppel-Rot Loll, der hat's halt getan Wenn Goofy-Rot angemacht hätte Oh, jetzt bin ich dead Goofy, mach doch Rot an Dive, dive, dive Tippi Also Goofy, das ist egal, ob das Rot halt auch slowt, aber Ja Oh, Mark, den jetzt mit den Spirits, komm Er hat mich Hört ihr mich noch? Ja, lo Ja, okay Bei Goofy ignoriert mich, Arschloch Ja, du, ey, ich bin grad bisschen konzentriert Warum machst du Rot nicht an? Sag das mit dem Phönix, der du Ey, weil Rot mir so viel Schaden macht, das bringt mich instant um Achso Zeig mal Ich kann's mal zeigen Zeig mal Mach's ja auch nur ne Ende für mich Es geht Ne zu viel wie Putsch Gib mir Urne Ja, klar Ich habe Vale gebaut Mami Eine Vale auf Discord Baut ihr Scepter Kann ich mir noch mal Mana putzen? Also, Legion hat schon eine AC Läuft bei uns Ja, ich hatte auch easy Wow, was macht der da? Wieso mögen die mich alle nicht? Ich kann's nicht kennen, sorry Doch, ich bin noch nicht da Egal, easy, Mann Wir gewinnen das Wir gewinnen das Wollen sich noch dorthin zu gehen? Wollen sich noch dorthin zu gehen? Ähm Ja, ja, definitiv Ja? Ja, mir hat's halt Ja Aber nur wenn du in den nächsten drei Sekunden ankommst, nee, geh back Nein, geh back Nice Na ja, wir machen noch ein Killix oder sogar den anderen noch Ja, easy, Manni, das war 600 Manni, die ich gerade kreativ habe Dass wir keinen Bock mehr mehr mit uns zu warten 400 Leben oder 500 Leben Ja, das war kacke, dass ich gerade eben erst ein Telekinis geused habe, sonst hätte ich das cancel können und direkt dagegen musen Und den Lines dann habe ich auch schon benutzt, leider Ach, ich hätte der Screep übernehmen können und mir Ice-Armor gappen können, fuck Jonas, du kannst schon Ruhe schauen, oder? Lol, easy, du Lol, nice Jonas, ich bin so nett Ja, vorsteht und wartet Och, scheiß Arschloch, ey Renn, 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 renn Renn, 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 renn Lol, lol, fight hier einfach Was für Rennen, Mann Balls of Steel, Mann Naja Balls of Steel Ja, also mit Rennen meinte ich eigentlich, komm zu uns, damit das so funktioniert Okay Komm, Patsch, wo bist du? Durch Glück, durch Glück, dass die Swat Race getroffen hat, ich dachte nicht, dass die hätte Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich das überlebe, aber Ja, mein Gott, der Wunsch war da und sie hat sich auch nicht gesehen Nice Ja, Patsch ist immer noch da und sie hat sich auch nicht gesehen Nice Ja, Patsch ist immer noch da und sie hat sich auch nicht gesehen Ja, grubel, 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 zum Pratschen Wollen wir Bottom machen? Pfff Passen auf Black Coal Verteilen euch Oh, hallo Patsch Jetzt aber gönner Komm, wir gehen top Ja Lol, er will mich halt unbedingt haben Warum Gott, er bastard mich eigentlich immer Ohne wird's er fokust mich direkt Immer Alter Wie ich halt, dass du ihn nicht gewinne Hab ich das bekommen oder nicht? Ja, ja, du hast bekommen LOL, er ultet mich Weißt du, warum der Patsch mich immer Fokust? Weil die wissen, sobald ich eine von denen hier ultet ist, kriegt das ein Geficktsinn Heiß Heiß Mark Heiß Mark Lol, die T-Vail, die T-Vail Wie hat er abgeschreckt? Vail ist tot Komm, lauf nochmal durch die Wall Komm, los Du kannst es Pssst, der Markt biemen einfach weg Alter, der verreckt, der verreckt doch dran NEIN Alter, wie knapp einfach Schad Ich hätte ruhig klappen können Während der Markt Nix macht Zwerge Gipers verdient Ach Ach, der Kriegdauer Huh Du, die haben noch keine gute Black-Coles Doch, die hatten schon zwei gute Intermitte Der ist hier in der Mitte war richtig gut, das war auch nicht schlecht Ich hab da habe ich schon wesentlich schlechter Black-Coles gesehen er hat mich nicht wissen ja nur gute gewöhnt ja was Schleiber rutscht aus Arschloch was hat mich gesagt ach easy last ich hab jetzt die Schieberskarte was auf in der Mitte ne oh Gott E-Date ey pass mal auf da ne nicht dass die dich nur holen ja habt ihr euch meine Hookdodge hier vorhin gesehen? instant Schieberskarte hat die keiner gesehen? Marc du musst Octarin gehen mach ich jetzt was hat keiner meine Hookdodge hier gesehen? ne da oben noch nicht Marco go alter was wollen die von... WTF fuck mate 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 lol warte ich brauche das Duell warte ich brauche das Duell ja alles nur wegen Marco ich wollte Marco helfen halt ach so der hätte ich mich sterben lassen müssen jetzt auf einmal ich hab euch auch gerade gedacht hm ja ich hab nichts ich hab mich beschwert ja 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 Oh, Grimegi ist toll. Ich finde Fenix toll. durch also ich finde Phoenix holen und auch noch sind Prozent im Rutsch gemacht hat er zeigt ist die TG er sagt sie nicht ergehen ja aber gut wie viel der Mensch machte ebenso wie wir müssen mich macht er genug der 24 Prozent CeapStacks schon. Hier leiden halt Acker. Oh nein. Oh Mountain High not no-mah. Alter, ich brauche BKB, Jungs. Wir müssen so gucken, dass wir das nicht verlieren. Ich weiß nicht, was wir alle sind von den Spielen. Hat mal Elu gehumpft. ja ich bin gestunnt dann machst du dann erst recht ich gehe mal bitte durch jetzt stirbst du der Phoenix der Carry hat der meiste Kills bei uns ja geh direkt auf die Medi ja lol das glaub ich aber eher nett dass ich das mach du kannst dich auch feiten ja ich mag die fucking Radiant so scheiß kann ich wohl viel Schade ich krieg lol lol auch er klaut den kill er stehlt meinen gut verdienten kill hey aber bei uns die besten Statistiken haben Mark und ich ja bei mir die einzigen positiven von wo kam der Finger Jungs von der UNO da ist dieser Weg der Pit kannst du Mana Boots machen irgendjemand hätte ich Mana Boots nope 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 no 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 Alter, ich werd mir sowas von Aetherlands kommen Kann ich den Kurier benutzen, Marco, oder? Nein Grieche, Kurierne Den kann ich benutze jetzt, ja, doch, benutze, ne? Uh, ich bin Envis, hallo! Nice, ich hab mein Wulfi Schicken, ja Schicken, ja Holy shit, was wollen die von mir? Geht weg! Ja, der Radiance, ne? Ich glaub, ich wollen mehr andere Radiance Radiance Octarine Du versuchst nicht grad ernsthaft zu ulten, oder? DOCH! Okay Ich hab mein Butterfly noch, ne? GG What a Noob Ich geh wieder weg Ja, wirklich auch Ist da irgendeiner? Noch irgendeiner Leine low? Nö Nur halbwegs low? Nein Hat er der Leine ist nur wieder auf, verdammt Tenki mal Hat denn Ager der Leine? Ja Ja Jetzt kann ich Kurier benutze Ich hab's Gefühl, ich bin hier auch neidrot Kann einer? Ich wäre da Warteproblem Okay, ich versuche ihn zu Bodyblocken Nein, ist gut gespielt Ah, der wird Blinkdecker Ja, aber der kommt ruhig Ich hab, äh, ich hab der Lasted Aber easy hundert Damage für Jonas Ja Was hundert gibt das jetzt? Achso, ne insgesamt Nein, er hat jetzt 200 Ich soll's grad sagen, Alter Lass mal den, lass mal den nächsten Mage Preview übrig Also, den, äh, Rang Ah, kriegen wir nicht Steffthorff Blackroll Er weiß, lass dir mal, lass dir mal leben Und das erste, was er macht, ist attacken Ich hab den nicht attacken Ja, na, nein Vorsicht, Huck Ich hab eher Angst wegen der Black Hole, aber Die Jonas hat ja Angst vor dem schwarzen Loch Hihihihihi Du hast Angst vor anderen, ganz anderen Löchern, Marco Pew, pew, Shots fired In meiner kleinen Shots firedgun, oder? Pew, pew, pew Boah, viel Kraft, äh Oh, lol, der hat nicht gereicht Oh, es hat nicht gereicht Oh, es hat nicht gereicht Soll ich einfach mal so ganz aggressiv reingehen Und dann denkt die, oh mein Gott, der Goat Und dann springt er nicht mehr rein Kann ich auch, wenn ich mache, dann geh ich auch ganz aggressiv rein Ich bin aggressiv Ich geh dann nicht ganz aggressiv, äh, bleib ich dann hinten Oh, da wo ist es denn klauen Ich hoffe, dass die jetzt nicht ganz aggressiv zu mir kommen Ich hoffe, dass sie da kein Wort haben oder so Maner Boots Ne, haben sie nicht, sonst hätte er gewusst Maner Boots Oh, du ist jemand ganz aggressiv bei mir, no Alles klar Wir stürmen bottom rein Nein, Marco Und Patsch Und alleine, Marco Wir stürmen die Base Los, stürmt die Base Mach es, mach es Mach es Mach es Mach es Oh, das war der Creed Duell Duell Nein Ich muss ja ein Scheiß für dich tun Go, 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 ult, Mark Ult, ult Ult Bin dabei Sie fliegt Und was, Hit Hit, Hit, noch nie gehittet hasch Nein Ja, irgendwie waren die gerade alle unverwundbar für mich Ghost Scepter Aber alle drei auf einmal Ne Der Troll hat sich gehittet, aber der Troll hat sich gemisst Achso Duell Alter Duell macht es auch 4.000 verkackte Leben einfach, ne Alter Der Leiter der für mich Der Troll hat sich Halt, lasert drauf, halt, lasert drauf Oh, schade Pirates, spirits Du und Mark, du und du und tippe Leute Loll Lass auf die Hohkopf Roll Nein Er hat nicht Marc Lass auf die Hohkopf Ja Lass auf die Hohkopf Lass auf die Hohkopf Lass auf die Hohkopf Lass auf die Hohkopf Helfen und die Helfen das war ich geplant Dota Felsen ne das haben wir mal geschafft zu geplant Kürzen Garten Alter wenn ich jetzt mein BKB in mein Satanic hab es halt wie einfach 4 1400 Leben hat der Palsch mit 30 Flaschiebladungen wo hat er die eigentlich hermann Der hat 18 Kills. Echt, alle 18 Kills haben alle, die gemacht haben? Ja, bei uns sind alle... Ich hab 12 Marks. Der Mark war doch auch so oft gefiedelt gegen ihn. Drei Töte und drei Töte. Okay, dann machen wir den Trick, alles klar. Ja, die beiden Marks sind Positiv-Power. Ja, wir sind krass. Ja, nur HIV-er. Warum? Hashtag... Hashtag... Hashtag Das... Das... Das Hurts, oder? The truth hurts. Ha! Hashtag Easy Money für Goofy. Weißt du, die hat den Kack Harry aus dem sch... ... dummen Troll Warlog, der nichts kann. Alter, Goofy, wie weit ist jetzt eigentlich der Range? Ich muss jetzt hier mal Assi-Edel sein auf dem Spell-Stil auf deiner Ultwäsche. Spell-Stil geht, warte, ich stelle mich mal da hoch. Also ich bin sehr krass. Also von da, wo ich jetzt stehe, bis zum Ward-Point. Krass. Der hat die Feral-Blade, ne? Rückzug. Geht nicht. Lol, den Patsch-Greener-Net, ne? Das ist ja schon bewusst. Das war genau der Falsche, den ich nicht hucken wollte. Oh, oh. Rubek. Nein! Rift, lift, lift! Oh, wo lang laufe ich? Ja, die Frage, nur wen lift ich? Lol, entdeckert mich. Alter, mit 4 AP und Dagger, 2x1 Sekunde, das war so knapp einfach. Lol, wo sind alle? Anwesend, gut kult. Ja, ich renne, ich renne, ich komme. Neckhole, ich bin dead. Soll ich auch noch da rein? Die weg. Ich tippe mich doch. TP, TP, TP. Lol. Nein! Das ist BKB, Jungs, ich brauche BKB und noch ein Damage-Item, bevor man das fighten könne. Der Patsch hat übrigens ein Aetherblade, Aetherblade meine ich. Ja. Hab schon gesagt. Nur dazu soll ich A-Berlin für BKB gehen. Ja, ich möchte erstmal meinen Mülleimer fertig machen. Den kannst du eventuell dueln, da müsste nur einer sein. Und das ist aber troll. Drei Hits und einer davon war nämlich Moment of Courage, ne? Ja. Geh doch russ, Jonas. Ah, ups. Ja, Jonas, geh mal russ. Easy call. Ah, Jonas hat sein Mülleimer. Ja. Aber kein Buyback, bemerkst du da, oder? Aber das ist easy, easy Mülleimer. Ohne Witz, ich bin gerade überlegen, ob ich mir Jules machen soll. Irgendwelche schlauere Ideen? Ein Hex? Hex, Shivas, BKB. BKB könnte ich euch auch mal eine schöne gute Idee nennen. Ne, BKB. Seit wann hat Rubik jemals BKB gebraucht? Ab heute. Zum Beispiel, damit's Black Hole nicht gecancelt wird. Oder die Line-Ulti. Ja, wie oft hast du Black-Dings-Ult? Black Hole hab ich noch gar nicht gehabt bis jetzt. Doch einmal, aber da war ich gleich tot. Und die Line-Ulti hab ich jetzt einmal gehabt. Und der Patch-Focus nicht immer so nebenbei, falls auch kein Problem. Ich hab so Schiss vor dem Patch, ich hab keine Ahnung, where he is. Das ist das Womanly Guide, man. Den darf ich nicht. Oh. Glück, Geist, Geist! Tod. Alter, wie schnell ich denn bin. Hitsch, BKB, hättest überlebt. Gleife, mach Ult. Mach Ult, mach Ult. Wie ich ihn halt irgendwie nicht treffe. Hits, 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 Jonas. Hitsch, Hitsch, Hitsch. Das wird einfach weiter. Hitsch, Hitsch. Niiiiss. NOLL. Guck. Der, unbedingt nicht. Der kommt noch mal, ne? Der kommt noch mal, ne? Der kommt noch mal. Der ist dick. Der kann nicht so weit gehen. Der ist dick. Hup. Hey. Oh, ich hab ihn gekriegt. What? auf der wund und 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 allein bei beck für top zu dürfen wie sie passen jetzt kommt die old und was hatten der toll eigentlich oder der mkb das ist schlecht das ist was ich gern wo bkw das ich länger leb der jungs ist so dass ich halte jetzt gerade wobei doch wir können sein schweiziger drei von holz sind die drei von holen wirft euch mit noch an öfters ob das es mir doch egal mark die musst du öfters haben doch mal nach gut kufi danke wow aber irgendwie war ich grad schnell tot ach jonas ja troll halt ja aber am anfang hat er mir null schaden gemacht bei dem fight aber hat jetzt ein mkb ja aber am anfang hat er mir gerade eben null schaden gemacht bei dem fight aber hat jetzt ein mkb ja aber nicht mit dem fight du schlauberg doch aber jetzt hat er mkb siehst doch einfach ein als kann gleich noch ich bin das ist das ist ja der war ich bin bis wir ihn gekillt habt sind alle bei euch also wieso ist der so tanky jungs kling der gering raus immediately regret my decision ich bin weg warum denn immer ich egal ich bin ja immer noch einer der wenigen die positive kill stats haben pushbottom blink du oh lol lol kannst du froh sein dass die die black hole nicht die use haben dafür der boy braucht sein bkb ich ja zu spkb gehen soll bevor ich butterfly gegangen bin das war ein großer großer fehler denn so viel magischer schaden also ist marco schulden er hat wir dann bräuchten es aber dann verwendet mit ich will das 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 krach he won't be ro nein du alter alter du das war Hass den du gerade gespürt hast ja ohne witz HASS ähm wir brauchen euch in der Mitte aber ja ich komm gerannt ich bin grad tpd ich hab nicht gedacht dass die die hier algun rennen Komme, da war jetzt BKB, go fight! Aber auf wen? Go, go, einfach hin! Ja, aber dann springt der Dings von hinten rein. Der macht gar nichts, der kann nämlich nicht. Alter! Mach deine Spirals noch! Alter, die haben halt noch die Melee-Racks bekommen, holy shit, man. Lass es jetzt einfach finishen, gehen durch. Ja. Das war ein gutes Positioning vom Eggman. Weil der konnte nicht reinspringen, weil der sofort in der Ulti von Mark stand. Naja, und ich hab den Dreck gekillt. Ja, er konnte halt nicht Dingsbumsen. Ja, ja, der wollte hier, der stand hier. Das ist die Rex ohne Holter. Hier, da kommt der hoch, da kommt der, da kommt der. Ja, okay, der ist weg. Die machen eine Black Hole auf mich. Ja, Marco. Ja, lol, wieso man ist geslowed? Das ist eine Lüge, dass man durch E-Feral Blade und so nicht geslowed wird. Ja, dead. Wir hätten weggehen sollen und noch Firebacks noch. Ja, verlangsamt und Gegner. Nur beim Gegner. Ja. Ja, die brauchen bestimmt noch ein bisschen. Ich habe Firebacks. Ich glaube nicht. Ich habe die Hook. Ich könnte eventuell den Initiativen, wenn ihr wollt. Ja, kann ich jemanden hooken, denn Dionas tut. Minütchen. Holy shit. Nein, fighten das nicht. Lass uns einfach alles fallen, bis Dionas wieder lebt, am besten. Mark, mach, schau was an. Nein, das würde ich nicht machen. Oh mein Gott, ist das Risky. Ich bin tot. Ja, lol, der kriegt es halt noch, geht das mit Matsursch. Die gehen jetzt einfach durch, oder? Weil sie wissen, dass man kein Buybacks hat. Meider Hook. Ja! Jungs, perfekt. Ultimative Stress Hook. Oh nein, ist das gut. Die Base lebt noch, alles easy. Ist das gut, Alter. Die Hook ist awesome, ne? Erstmal bedanken. Ich werde wahnsinnig, ey. Holen wir da zu zweit 4-9. Klar, ne? Die Hook. Vor allem die Everlands durch die Range, man. Richtig awesome. Ich meine, guck dir mal die Range an. Die geht bis hinter den Ancient. Gumm. Ja. So gut. Push, push. Die Hand geht Buybacks. Die Hand geht Buybacks. Pushen. Jonas, TP Top. Mit deinen Devil Boots. Jonas, deine Devil Boots. Jonas, deine Devil Boots. Wenn wir es schaffen, wenn wir es schaffen, bei denen zu kriegen, dann bin ich die einfach an ihr Base, dann kommen die nämlich raus. Hast du gesagt? Klar, definitiv. Ja. Die Rack muss auch noch einen holen. Ja, Jonas holt schnell Bonham. Jetzt Jonas hoch mit dir. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin in dir etwas lieber Arto. Hitte die Barracks! 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 Haben wir so! Nice Megacreams! Megacreams! Toll. Hallo! Will wieder gehen. Ich hab nen Hex Hätt schon mal lieber die Hucke blockt Goofy LOL LOL Er hat Jonas GG Ich bin ein Silence gewesen von irgendwas Jetzt hab ich halt Ballback Aber egal Ja egal, die haben Mega-Creeps erstmal, diese fighten müssen Ich hab Ballback, Marco wahrscheinlich auch Die tun jetzt erstmal so, als ob wir keinen Ball weg hätten Ja klar Und die stehen ganz kurz vor der Base Und dann, aha Und dann kommen sie alle raus, pang 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 Aber dann werden wir gestunt und sind tot Du hast ganz schön gefeedet Ich hab nicht gefeedet, ich war der, der Insatz im Team gezeigt hat Ich hab ein Satz gezeigt Ich hab zehn, siebzehn Jungs, was wollen ihr? Marco hat gespielt Marco, best player EU Echt so Oh, sie pushen mit Ja, aber du willst, du regst dich halt immer von Anfang an direkt auf Das ist ja total nutzlos Ja, weil ich wieder gefailt hab, man Ich verliere die Mitte momentan immer, das kotzt mich an Du verlierst eigentlich alles Danke, Kenmo Ich hab keinen Ballback Ich hab keinen Ballback Also ich Ballback jetzt nicht mehr Das rettet uns vielleicht noch Ja, äh, hallo? Ja, Marco Kalpe Ballback! Ich bin schnell, schnell wie der Wind Achso, das sind Illus Nein, was mach ich? Er springt halt voll in die Wall Er springt halt voll in die Wall Und die Wall, wenn wir uns eigentlich erst noch ein paar HP gehabt hätten Und die Illu finisht, Alter Ich hätt' Jürgen hat das gekillt Das wär typically, ne Typ, typik Ich steif vorbei, oh scheiße, ich hab gedacht, ich steif auf die andere Seite Oh nein, jetzt hab ich auch noch aktiviert Hahahaha Ey, jetzt schnapp Jetzt spielen die mit Wall Oh, es ist vorbei Was ist vorbei? Die Wall ist weg, die haben sich grad alle reingestellt Und sich gefreut, dass der Illus bohrt Ich mach Roche Will einer als Eggers Wie nice Ich will's nicht Scheiße, ist explodiert, Mann Mann, ist der gepoppt Das sah so gut aus Ja, ne Bin ich meine nicht, warte noch schnell Okay, ich warte noch kurz Ja, sag doch den Creeps Fick die Creeps, Mann Lol Ich bin schnell wie der Wind Schnell wie der Wind Nein Alter, ohne Witz Ah, BP Rubik Hey, Goofy Hey, Goofy Ohne das End of Play von dir in the base hätte man nicht gewonnen, ne Ja, wahrscheinlich Aber das war so geil Weißt du, wo ich die Hook geklaut hab? Bei den in the base hab ich die Hook geklaut Wieso? Da war der Fein Schon vorbei, da hab ich bei den in the base die Hook geklaut Alter, richtig gut Das hat uns halt das ganze Game gewonnen Ich würd ja mal sagen, Okre Maggie hat das Spiel gewonnen Weil ich bin der einzige der positiv ist Das stimmt Ich würd nicht sagen Ähm Phoenix hat das Game gewonnen von Anfang an Also unser Gegner hat entschieden, dass ich's gewonnen hab Der das stimmt ja nicht, der lügt Ja, ich bin weg, ne Alle hopp, tschüss Ja, tschüss Nubik ist richtig stark am Nubik ist richtig stark am Nubik ist richtig stark am Nubik